Der Atem der Welt Alles, was geworden, zusammengemacht, erdacht, in Abhängigkeit entstanden ist, das ist vergänglich. Was vergänglich ist, das ist leidvoll. Was leidvoll ist, das durchschaue ich wirklichkeitsgemäß mit vollendeter Weisheit, als das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Und darüber hinaus erkenne ich wirklichkeitsgemäß das Entrinnen. Ein Mönch, der einen Leichnam auf den Begräbnisplatz hingeworfen sehe, von Krähen zerfressen, von Raubvögeln zerfressen, von Geiern zerfressen, von Hunden zerfressen, von Schakalen zerfressen, von allerhand kleinen Lebewesen zerfressen, der zieht dabei seinen eigenen Körper zum Vergleich heran. Auch dieser Körper ist ja von solcher Natur. Solches steht ihm bevor. Von solchem ist er nicht ausgenommen.